Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 3. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 845 und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Lasso, Zatou, Fujifilm, DuckDuckGo und Fitbit und Wear OS. Ich beginne mit Lasso. Möchtet ihr euch erinnern, was das war? Nee, nicht das Bedienungselement bei Photoshop oder all den anderen Bildbearbeitungsprogrammen. Ich beginne die Facebook-Konkurrenz zu TikTok. Damals, irgendwann vor zwei Jahren, glaube ich, hat man das Ganze ja rausgebracht und gestartet. Aber ist nie bis zu uns nach Deutschland, Schweiz oder Österreich gekommen. Jetzt wird es eingestampft, aber nicht komplett. Denn dieses TikTok-ähnliche oder ein Klon oder wie man es auch immer nennen mag, lebt ja noch weiter. Bei Instagram mit Reels, was zumindest in Deutschland gestartet ist mittlerweile, kann man ja schon ein bisschen TikTok machen auf einer dieser Facebook-Plattformen. Mal schauen, ob sich dieses Reels durchsetzen wird. Habt ihr schon mal Reels-Dinger gemacht bei euch in eurem Profil? Wenn ja, lasst es uns doch mal wissen. Über die Kommentare, über die E-Mail, über die ganzen Wege, die ihr so kennt. Twitter darf es natürlich auch sein. Weiter geht es mit Zatou. Nach Amazon ist Zatou, dass die zweite Plattform die Inhalte von MGM zum Streaming anbieten kann. In Zatou gibt es einen zusätzlichen Kanal, den man sich dazu buchen kann für 3,99 Euro pro Monat und bekommt somit Zugriff auf verschiedene Serien und verschiedene Filme, eben aus dem grossen Katalog von MGM. Da ist Terminator dabei, Robocop, das sind Get Shorty als Filme, Komödien zum Beispiel mit dabei. Da sind 22 Jump Street oder ähnliches mit dabei. War da nicht auch mal James Bond? Nee, ich glaube, die sind mittlerweile rausgeflogen. Wie auch immer, auf jeden Fall kann man jetzt auch bei Zatou noch zusätzlich Content streamen, den man sonst nicht erreicht hat. Dann gibt es Neuigkeiten im Bereich der Kameras als Webcam nutzen über USB. Da haben wir ja schon das eine dran, über was war das? Canon-Film und noch ein dritter, welcher das auch immer war, die Möglichkeiten angeboten haben und oder Software, um das Ganze zu nutzen. Jetzt, nachdem es Canon schon geschafft hat, hat es jetzt auch Fujifilm geschafft, das Ganze auf die Plattform, also für das macOS anzubieten. Alle anderen haben damals zuerst nur mit Windows-Version gestartet, wie gesagt, vor kurzem Canon und jetzt hoffentlich kommen da auch noch andere mit dazu. Es sind immer noch rares Gut in diesem Internet zum Kaufen und somit wäre es ja nicht verkehrt, wenn man die grosse Kamera dazu nutzen kann. Dann gibt es Kritik von Seiten DuckDuckGo-Nutzern. DuckDuckGo ist ja eine alternative Suchmaschine, die sich der Privacy verschrieben hat, dem Datenschutz sehr, sehr hoch anrechnet. Jetzt hat man eigentlich schon vor über den Jahren gekommen, dass da ein Problem ist und jetzt endlich darauf reagiert, nachdem es auf einer Hacker-News-Seite online gegangen ist und quasi dann ins Rampenlicht gekommen ist. Man hat nämlich für die Darstellung der Fave-Icons, das sind diese kleinen Mini-Icons, die ihr neben da, wo ihr www.xyz.d Floodius-Doppelpunkt-Doppel-Slash-Daily.kiktok.ch, logischerweise zum Beispiel, und da wird so ein kleines Icon geladet, ein kleines Bildchen von der Webseite und das nennt man eben Fave-Icon. und dieses haben sie eingebunden über einen dritten Dienst und der sammelt unter anderem die gewisse Daten über da, wo es herkommt und so weiter und das möchte man natürlich nicht. Der CEO von DuckDuckGo und auch der Gründer hat sich zu Wort gemeldet und meinte, das darf natürlich nicht sein und man sei da an der Möglichkeit zu suchen, wie man das zukünftig lösen kann, ohne dass man eben da die Daten oder dass da gewisse Daten zumindest rausgehen, weil das passt natürlich nicht zum Geschäftskonzept. Zu guter Letzt geht es noch ganz kurz um Wear OS. Google versucht sich ja schon länger ein bisschen neu aufzustellen, was der Wearable-Bereich anbelangt. Wir hatten es auch hier schon in der Daily oder im grossen Mutterformat, dem Geek Talk, dass da das Problem besteht, dass Wear OS mittlerweile bei den Wearables unter Ferne liefen, also unter weitere Geräte gelistet wird. Gleiches ist, nee, Fitbit ist zwar noch obendrauf, also noch mit einer eigenständigen Zahl vermerkt, aber die Zahlen brechen da natürlich deutlich ein. Vor allem seit im letzten Oktober war es, glaube ich, Google bekannt gegeben hat, dass man das Ganze kaufen möchte. Nach wie vor ist die EU mit grossen Bedenken da dran und möchte so eine Kooperation oder beziehungsweise einen Zusammenschluss verhindern. Google selber sagt, uns interessieren die Daten nicht. Entschuldigung. Genau. Sie interessieren sich für die Hardware, also für das Wearable als solches. Das würde perfekt reinpassen. Ich bin ja mal gespannt. Gestern, vorgestern habe ich euch ja vom neuen Qualcomm-Prozessor berichtet. Eigentlich auch North-Übernahme, also dieses Brillen-Dings, hätte man sich da schon ein bisschen was zusammenreimen können und ja, mal schauen, was jetzt damit passiert und wie sich das schlussendlich dann, ja, weiterträgt und ob das Ganze dann übernommen werden kann, also Fitbit übernommen werden kann. Auch für Fitbit ist es natürlich doof. Ich nehme an, die werden ihre Entwicklung eingestellt haben oder nicht wirklich stark vorangetrieben haben, in der Hoffnung, dass das Ganze mit Google natürlich klappt. Und wenn es dem nicht so ist, dann ist es nachher ein ziemliches grosses Gap. Also ich hoffe, da hat man dennoch ein bisschen, auch wenn auf Sparflamme, nebenbei weiterentwickelt. Wir dürfen es, ja, mal abwarten und dann irgendwann auch mal... Ja, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Wenn alles klappt, werde ich morgen nochmals eine kleine Podcast-Folge brauchen. Ansonsten ist ab nächsten Montag der Achim wieder für euch da. In diesem Sinne, euch ein schönes, ein erholsames oder arbeitsreiches Wochenende, je nachdem, wie ihr es mögt oder gerade machen müsst, dürft, könnt oder möchtet. Bis dann, euer Pokipsi. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!